Was geht Leute zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal auf Beaver Games City Build. Ich kann glaube ich das Spiel eh City Build. Es ist cool. Ich kann es ein bisschen auf den Auge aufnehmen. Ihr denkt euch wie viele Sachen. Aber Leute hier ich habe Geld. Ich könnte auch heute nach Boten. Und hier sind alle meine guten Sachen drin wo ich habe. Die nehme ich nicht an weil ich in den Shop gegangen bin und dort will ich dann halt immer was kaufen. Und darum nehme ich nur so bisschen Brot mit. Und wir können jetzt was machen. Ah ja Leute sorry dass gestern dass man keine gehört hat. Echt sorry. Ich konnte leider nicht mehr als Sachen halten. Irgendwie bei oben ist das jetzt irgendwie alles anders so wie Hexen. Darum legt es auch nicht so flüssig halt. Aber ist mir egal. So kann ich hier spielen. Schreibt in die Kommentare. Wir gehen nächstes Mal mal so in den Shop. So ob hier Scammer sind oder nicht. Das sind nichts nach Scammer. Wie viel? hier sind jetzt auf die Tür. Und hier werden jetzt auf die Tür nutzen. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. Ich denke, der skammt. Das lässt es. 5. 3. 3. 4. 3. 5. 5. 5. 10. 10. 11. 11. 10. 14. . Aire? Ja so weit nach hinten. Aaaa umleitern 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 so Leute ich habe es war echt ein kurzes Video hier ich habe 5 Minuten weil ich es gibt halt keine warte ja ich werde jetzt auch glaube ich damit die Folge jetzt mal dann jetzt nicht dass sie zu lang geht und so ich mag es damit jetzt mal beenden weil es geht für mich immer zu lange du musst halt viel schneiden und so bisschen mehr du und dann wegen der Stimme das auch tun weil ich so leise rede unter anderem letztes Mal und darum Leute werde ich auch das Video es kommen vielleicht ein bisschen mehr Folgen auf das ist so das ist das ist das ist das ist das ist